Ein Nebel, durch den man durchgehen kann. Oh, das sind so die Sachen in Dark Souls, ja? Oh, das ist so die Sache. Oh, Alter, ach, wieso hab ich schon wieder so'n Pro-Luck, Alter? Oh, God. Ich hab gerade das Pussma, ich hab hier so, ich hab das total gebraucht noch, nur an der Zeit. Und zwei Lize-Gruppen haben. Und zwei Lize-Gruppen haben. Ok, jetzt verstehe ich, warum die Boss so schwer sein sollen. Jetzt schieb sie zu mir, ich würde dir ein bisschen überlegen. Pass auf, wird besser. Wird besser? Noch besser? Ich glaube nicht, dass es besser werden kann. Oh, da sind zwei. Der hat drei? Zumindest waren bis hin bei mir noch zwei.